Hey, was ist denn mit dir los? Ähm, ich hab eine gute und eine schlechte Nachricht. Weil ich möchte es zuerst hören. Keine Ahnung, die schlechte? Äh, im oren Ostern fällt heuer aus. Hey, warum jetzt das? Ich hab gerade einen Osternflussen-Zampf gefahren. Geh hör auf! Du, ich kann doch überhaupt nichts dafür. Das Drecksviech ist mir direkt vor Sattel gesprungen. Oh, das arme Viech! Ja. Ja, und was ist jetzt die gute Nachricht? Äh, heuer gibt es einen Hosenbraten. Die ist getragen hat mindestens fünf Pfund. Oh, schleicht die! Die ist ja gar nichts heilig, oder? Du kannst ihn ja vorher noch segnet lassen, wenn du meinst. Ah, hör auf! Lass nicht hin! Sag mal, wenn man das gerade hier reinlässt. Bayern-Komödie wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönram.